Was soll ich nur machen? Wohin soll ich gehen? Wie soll ich das überstehen? Mir ist als mehr um mich kein Regen aus Feuer und kein Ausweg zu sehen. Ich geb nicht gern auf, doch was ich auch beginn, sich zu wehren hat keinen Sinn. Diesmal bin ich so hilflos wie ein Baby und die fühle ich mich. Und der Geschoss aus allen Ecken, ich glaub ich muss die Waffe strecken. Ich hoff, irgendwer fühlt mich aus, denn sonst bin ich verloren. Dann halt ich nicht mehr aus. Unter Geschoss, sie überrollen mich. Ein Labe plus drei Väter wollen mich. Und fragst du, warum ich nicht flieg? Ich weiß nicht, ob ich's will und ich weiß nicht wie. Nirgends bin ich sicher, weiß nicht, was passiert. Ich bin völlig irritiert. Sitz in der Falle wie in einem Albtraum, jeder Ausweg lackiert. Und dabei hab ich erst ersehnt. Was ich mir ersehnt hab, es ist plötzlich wahr. Aber mir wird jetzt erst klar, wie tief mein Fall ist, wenn mich keiner auffängt. Und ich fühl mich hingefahren. Und der Geschoss aus allen Ecken, ich glaub ich muss die Waffe strecken. Ich hoff, irgendwer fühlt mich aus, denn sonst bin ich verloren. Dann walt ich nicht mehr aus. Und der Geschoss, sie überrollen mich. Ein Labe plus drei Väter wollen mich. Mein Name ist Karai. Meine Mutter hat mich getan, was ich für meine Mutter getan hat. Und ich werde jetzt zurück in die Welt zurückziehen. Das ist das. Ja. Nein. Es kann nicht sein.